Ein rundum gelungenes Leben. Wer wünscht sich das nicht? Und doch kommt es mitunter beruflich, familiär oder gesundheitlich zu Krisen. Dann kann professionelle Hilfe nötig sein. Und die gibt es. Wir kommen miteinander ins Gespräch über Fragestellungen. Fragestellungen an Ihre Lebenssituation, Fragestellungen an ganz bestimmte Krisensituationen, in denen Sie sich befinden. Denn Krise heißt ja zu gut übersetzt, es geht um Entscheidungssituationen. Im persönlichen und familiären Bereich kann die psychologische Partnerschafts-, Erziehungs- und Familienberatung wertvolle Impulse bieten. Ein wichtiger Begriff in unserer heutigen Gesellschaft ist Wandel. Und Wandel hat auch sehr viel damit zu tun mit dem Familienbild. Und wie wir konkret auch gewisse Themen im Umfeld von Erziehung, von Schule, von unterschiedlichen Situationen im Leben der Kinder heute entscheiden. Zeitdruck, Erfolgsdruck, Stress. Unsere Beschleunigungsgesellschaft fordert ihre Opfer. Umso wichtiger ist es, frühzeitig ein Bewusstsein für die Probleme und Lösungsstrategien zu entwickeln. Auch in Unternehmen. Psychologische Beratung wird innerbetrieblich immer wichtiger. Denn berufsbedingte Krisen werden durch mangelhafte Unternehmenskultur gefördert. Wir möchten, dass Menschen gesund bleiben an ihrem Arbeitsplatz. Und da braucht es im Prinzip Begleitung und Beratung als Vorsorge. Supervision, Stress- und Burnoutprävention. Beziehungs- und Kommunikationsberatung. Ob Ein-Personenbetrieb oder Großkonzern. Eine gesunde Wirtschaft hängt nicht nur von Produkten, sondern immer auch von gesunden Menschen ab. Psychologische Berater helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich sehe gerade die psychologische Beratung in einem Feld, wo es nicht darum geht, Situationen zu problematisieren. Sondern sie als Herausforderungen an das eigene Leben wahrzunehmen und über ganz konkrete Fragestellungen auch zu neuen Perspektiven und zu Veränderungen im eigenen Leben zu kommen. Das ist professionelle Beratung und Begleitung. Psychologische Berater haben schon oft kleine Wunder bewirkt. Sie bilden eine Säule der Gesundheitsvorsorge als qualifizierter Begleiter für ein rundum gelungenes Leben. Hawaiomierte Freunde, die europäische Berater haben schon oft going.